Ich stehe hier an der Zieringer Straße, die B3, eine wichtige große Verkehrsachse hier im Freiburger Norden. Viele Autos fahren hier jeden Tag rein und raus. Es ist eine Straße, die den Stadtteil Zieringen und Prübeeroberung durchschneidet. Wir fordern, dass wir hier schnell eine Verkehrsentlastung bekommen, weniger Lärm, weniger Gestank und vor allem mehr Verkehrssicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfahrerinnen und Radfahrer. Weil über sieben Kitas sind hier angrenzend. Viele Schulkinder in die Tullerschule müssen diese Straße überqueren und wir sagen, wir können nicht warten, bis die Umfahrung dieser B3 realisiert, gebaut ist. Deswegen haben wir das Thema Verkehrsentlastung schnell und jetzt auf die Tagesordnung des Mobilitätsausschusses gesetzt.